ARD Text im Auftrag von Funk Ja Digga, das geht leider nicht Chill noch nicht Ja ich kann nicht auf Pause drücken So Warte, warum geht das nicht? Lass auf Das machst du Nicht bewegen, nicht bewegen haben Geht schon, statt Egal, statt Dann nochmal zurück Ja warte, nicht bewegen, es geht noch weg, automatisch Warte Warte, nicht drücken Du hast gedrückt Wie kann man die überhaupt auf Pause drücken? Alter, das ist, ah ok Ich hab nichts drückt, ich schwöre Egal, wo auch jetzt Nein, hör auf, hör auf, hör auf, krebs nicht mehr auf Das ist der Controller Weil er den links drauf holt Okay, aber jetzt geht's Halt, das sind Nacken Oh Hier sehen wir, wie er zu Brock geworden ist Nicht locken Nicht locken Die Hand brachen Ich hasse es wirklich, es ist so Nicht locken Ist das nur Das ist nur, wo f*** die Moral Hahahaha Hahahaha Mach die Robbe Hahahaha Lass doch Hahahaha Funktion Hahahaha 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 Du musst kurz zusammenstehen Zu, zu laut? Viel zu laut Hahahaha 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 Wie ist viel Gas aufgetrat? Hahahaha Und denn einfach so an Krebs hast du erreicht Hahahaha Trescher Hahahaha Oh mein Gaaaaaad Schaufgrennt Hahahaha 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 Das ist klar, ich verschw- Das gespürt er da. Oh, so perfekt. So super. Dieses Lomo ist einfach so geil. Ach, das kennen wir aber schon. Das haben wir schon gesehen, ja. Ein Clip. Er ist eine Frau. Hä, warum? Mit dem Gesicht, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 13 Fälle, oder? Ich glaube, die haben wir schon gesehen. Ich glaube, das haben wir schon gesehen, oder? Es ist... Warum funktioniert es nicht? Doch, aber es ist extrem riesig. Ich hau es durch den Gummikopf heran. Aber das einzige... Den habe ich auch. Genau. Wie kann man leider mit der... Oh! Boah! Hahahaha! Hast du nicht mehr geschafft? Hahahaha! Ah, der Fuß, der wird weh tun. Mh... 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 Wie ist das denn klar? Hahahaha! 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 Ah, das sieht schon gut aus! Hahahaha! Professionell gedreht. Hahahaha! 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 Boah, wieder mit dem Gesicht! Es ist immer so schlimm. Lass genug. Spann auf. Ach du Herriger. Schaut aus wie Jesus. Wie alt ist der? Der Sieger mit dem Drask und dem Skateboard. Der ist der Skateboard mit dem Drask. Kommt gleich die Polizei. Ich habe gar nichts gemacht. Diese Slow-Modifikt immer. Ich hasse es. Ich habe den Skateboard nur festgehalten. Was? Na. Was passiert Bruder? Es fuhr mit richtig viel Schwung zwischen die Füße. Nein. Nein. Die Beate kommt. Na ja. Nein, das ist ein Psychopath. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Ah, ist der Schurk da hinten. Nein. Ich habe gedacht. Oh mein Gott. Der ist unmöglich. Der ist unmöglich. Wie ist der Schurk? Der ist unmöglich. Der ist unmöglich. Alter, das ist ja schon richtig hardcore. Der Boah ist tot. Ist ein Dozent geflogen? Das ist das Weiß oder? Nein, Münzen. Nein, Münzen. Die Hohen haben ganz hoch gefehlt. Ist das Klaas? Ja, Klaas spielt da. Wo ist so viel Klaas? Das sind so zerdrümmerndes Klaas. Ist nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war die Schulter, das war die Schulter, das war die Schulter. Heute war die Schulter, aber das war der Face, oder? Gut, schau. Let's go. Alter, das sind so Psychopathen teilweise. Wirklich, so hardcore Psychopathen. Okay, der hat sich eh schon angefedert. Das dreht auch nicht mehr so schön. Voll auf die Hand. Ich hab' mir schaust. Ich hab' keinen Bock mehr. Was? Pst. Bitte? Jetzt? Du hast es gemerkt? Mhm. Ja, Herr, ich hab' nichts geklemmt. Ich hab' mir liegen bleibt. Ich hab' mir noch nie eine Frage gesehen, die die Stunt gemacht hat. Ich hab' mir noch nie eine Frage gesehen, die die Stunt gemacht hat. Und der ist so deppelt dran. Alter, der hat aber Ohler's Augen genommen, worum es geht. Oh mein Gott. Du hast den Maschinen gemacht, Kelly. Ja, die Wurst Edition. Die Wurst Edition. Die Wurst Edition. Das ist eine gute Frage. Ah, zwei Minuten. Ich würde sagen, dann hör mal auf. Ja, dann ist das viel vorbei. Das ist ja schon viel. Wir haben ja schon fast eineinhalb Stunden. Ja, eineinhalb Stunden circa. Wer fliegt da? Auf die Handflächen. Herr Maaan, ich hasse den. Wie sie kommen da nicht Pausen auf die Krüse? Die Woche gibt es keine Dekotaktik. Dann hörst du nix mehr. Egal. Auf. Nein. Okay, weg. Boah, du heilige Scheiße. Schaut aber nicht mehr so lustig aus, was? Nein, gar nicht mehr. Fragst du den Ton? Ah! Ich spiel Druck. Der hat geblutet. So ein Blut drauf am Boden. Nein, ich brauche keinen. Schau her. Jetzt schau her. Am Hinterkopf, oder? Nein, schau her, jetzt schau her. Jetzt. Nein, das war die Hand. Nein, das ist ein Blutzon. Komm. Immer der Hinterkopf und direkt der Hinterkopf. Ohhhh. Hat er nachgefangen oder nicht? Ah, doch. Ah, seine Hände ist nicht. Nein, seine Hände ist nicht. Warum steckt denn diese Scheiße? Nein. Oh mein Gott! Ich habe ja schon mal geschaut. 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 Ich kann es gar nicht vorstellen. Das ist so insane. Ich kann es gar nicht vorstellen. Alles aufgeklatscht. Oh, immer dieser Hinterkopf. Oder? Nein. Doch, schau her. Ja, es schaut aus wie aufgeschrämt. Ich weiß doch. Die Hohre hat die Füße. Der Frau. Was hat er denn so vorgeschrämt? Oh, die hat es gebrochen. Was ich sage. Ah! Ah! Schau, wie ist es weg! Ah! Ich bin so weg! Ich bin so weg! Ich habe es nicht gesehen. Nein, die Hohre ist so weg! Scheiße, die Hohre hat es zu. Scheiße. Das Gelenk ist gebrochen. Hast du gesehen? Nein! Nein! Geh nur zurück! Was? Das Gelenk? Schaff die Hand! Die Hand! Es geht! Es geht! Es geht! Oh mein Gott, Alter! Nichts! Ich bin so weg! Was ist das? Ich bin so weg! Ich bin so weg! Ich bin so weg! Er hat es nicht geschafft, der Junge. So, nein, ich würde mal sagen, der Trittvorletzte hat sich die Hände gebrochen, weil der Schlimm ist. Gleich ein schönes Wochenende. Ja, von meiner Seite, das gibt es nichts zu sagen. Von mir auch nicht. Und tschau. Stream-Helots, by the way, das wollte ich nur sagen. Kommt verteilt auch unter der Woche, also gönnt euch die nochmal. Also der Stream wird nicht mehr für YouTube oben bleiben. Nein, nein, das war sowieso Copyright oder so. Ah, seh. Müssen wir mal gucken. Vielen Dank für's Zugucken. Und reingehauen. Tschüss. 2 1 3 3 4 5 1 2 2 1 2 3